So, Lucretia, aka The Bifi So, passt eigentlich so, wenn ihr das nicht ändern wollt Was, sonst spendest du das? So, Chris hat nur 5 Pokémon mit Kommt halt drauf an, was du brauchst, ne? Naja, so, jedenfalls mal Konzentration hier Colin hat Dolores mit Namakoku Namakoku Psycho Mutas Sollte ich mal nicht auf die Chat achten, sonst hab ich mich jetzt ein bisschen konzentriert Sollte ich mich jetzt nicht auf die Chat achten, sonst hab ich mich jetzt auf die Chat Sollte ich mich jetzt auf die Chat Sollte ich mich jetzt auf die Chat Wenn du das machen möchtest, Psychosocial, dann kannst du das gerne machen Ich überlasse das jetzt dir, also es soll jetzt nicht so aussehen, als ob ich das für mich jetzt beschlagen will Wenn du das machen möchtest, wäre ich dir natürlich sehr dankbar, klar Also ich sag da nicht nein zu Magnison ist sehr cool, ja das stimmt Dank, vielen Dank Ja, mach mal dann What's not King Hahaha, sehr cool Hahaha 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 Höhöhöhöhöhöh Höhöhöhöhöh Höhöhöhöhöh Bööööö Untertitelung. BR 2018 Das geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Hey! Alles klar, mach ich. Don Salato! Ich liebe dieses Tangela, das ist so cool. Oh, Kritika! Tut mir leid, Mifi. Halt durch, Visko-Gon! Yay! Dann ist eh der Tempo-Keep gekommen. Ja. So, damit sind wir bei 1 gegen 1. Hahahaha! Sehr gut! Ich hab aber mein Teil getan! Hahahaha! Ich glaub, das war ganz gut! Ja. 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 Das ist jetzt glaube ich die Frage, Colin könnte Drachentanz machen, aber ich weiß nicht ob Soul Edge von Buzzi Schwertanz drauf hat. Ich schätze es natürlich immer. Kommt erstmal der Königsteig. Buzzi denkt also, dass Colin angreift. Knock-off. Drachentanz. Aaaaah! Das war jetzt natürlich der Knackpunkt, ja. Da bleibt jetzt natürlich nichts anderes übrig, als Schattenstoß zu machen. Zumindest kein Fokusgurt mehr getriggert werden kann. Choloms. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Ja, das dachte ich mir schon, weil er halt auch noch als Lichtschild war halt auch noch drauf. Und das Ding trägt ja Ebolie, deswegen also. Deswegen hab ich mich dann echt gewundert. Ich dachte mir so, hä, das geht doch viel zu schnell runter. Oh, nein, nein. Quitt. Ha, ha, ha. Blitzi überlebt mit einem Kaffee. Sehr gut. Ah, gut, da kann er nichts mehr machen, glaube ich, oder? Was? Ein cooler Fight. Und Durchbruch? Naja, das ist gut, okay, auf die Hälfte. GG! Aber ein echt cooler Kampf, muss mal sein. Echt cooler Kampf, schön, das ist doch cool. Echt gut. So.